Hey Leute, willkommen bei meinem Kanal und zu einem neuen Video und ich habe heute wieder ein DIY Test Video für euch. Und dieses DIY habe ich bei Hello Marty gesehen, ich hoffe ich habe sie gerade richtig ausgesprochen, aber ich denke viele von euch kennen sie auch. Sie macht immer super coole DIYs und manchmal frage ich mich echt, wie sie auf diese ganzen Ideen kommt. Ich verlinke euch also ihr Kanal und ihr Video auf jeden Fall in der Infobox. Und zwar hat sie letztens gezeigt, wie man aus Seife ein Markierstift für die Schule machen kann. Und als ich dieses DIY gesehen habe, dachte ich wirklich, okay, klappt das wirklich so gut, wie sie es da gerade zeigt. Und das wollte ich auf jeden Fall einfach mal ausprobieren. Und ja, ich will es einfach gleich an. Also viel Spaß beim Zuschauen und let's go! Yeah! Und dann fangen wir auch direkt mit den Dingen an, die für dieses DIY brauchen. Und zwar braucht ihr für dieses DIY nur drei Dinge. Zum einen einen EOS Slip-On, aber den braucht ihr nicht unbedingt. Hello Mafia hat aber auch einen benutzt, um dort drinnen ihren Markierstift zu machen. Und deswegen wollt ihr einfach ausprobieren, ob das wirklich klappt. Außerdem braucht ihr noch einen Markierstift eurer Wahl. Und zum guter Letzt Rohseife. Die bekommt ihr eigentlich in jedem Bastelgeschäft oder auch online. Und im ersten Schritt müsst ihr erstmal den Markierstift öffnen und dieses innere Teil hier raus holen. Jeder Markierstift ist anders aufgebaut. Ich habe zum Beispiel gesehen, dass man die Stabilo Markierstifte gar nicht richtig aufbekommen kann. Deswegen habe ich mir einen Markierstift von gut und günstig gekauft. Und wenn ihr dieses Teil rausgeholt habt, zieht euch am besten Handschuhe an. Denn jetzt müsst ihr versuchen, so viel Flüssigkeit wie möglich davon rauszubekommen. Und wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr auch schon die Rohseife nehmen. Ihr braucht einfach nur in ganz kleine Stückchen. Und das teilt ihr einfach in noch kleinere Stückchen. Denn so kann die Seife in der Mikrowelle schneller schmelzen. Und das müsst ihr dann einfach alles für 30 Sekunden in die Mikrowelle reintun. Und anschließend braucht ihr einfach die geschmolzene Rohseife und die Flüssigkeit vom Markierstift. Und das müsst ihr dann einfach zusammen vermischen. Wenn ihr das gemacht habt, braucht ihr einfach nur noch euren EOS-Behälter. Und dann müsst ihr es einfach da reinließen. Wichtig ist aber, dass ihr den oberen Teil nehmt, damit die Form wieder so rund wird, wie es halt immer beim EOS ist. Und das alles kommt dann einfach für 30 Minuten im Kühlschrank rein, bis es hart wird. Und das ist dann das Endergebnis. Und ich finde, dass er echt super cool aussieht. Also dafür gibt es schon mal einen Pluspunkt. Aber jetzt testen wir mal aus, ob er wirklich so gut markiert, wie die ganzen anderen Markierstifte auch. Und im Test sieht man, dass der EOS-Markierer tatsächlich Farbe abgibt. Aber lange nicht so viel Farbe, wie die ganzen anderen Markierer, die man so kennt. Zum Vergleich habe ich mit verschiedenen Markierern auch nochmal auf dieses Blatt draufgezeichnet. Einfach, um euch zu zeigen, wie schwach leider dieser EOS-Markierer ist. Denn seine Aufgabe ist ja eigentlich, Dinge markieren zu können, um sie hervorzuheben. Und wenn die Farbe so schwach ist, kann man leider nicht irgendwas hervorheben. Und deswegen würde ich sagen, dass dieses DIY nur zur Hälfte geklappt hat. Denn die Konsistenz und die Form ist richtig gut geworden. Aber seine Aufgabe erfüllt der Markierer halt nicht wirklich. Und ja, deswegen hat dieses DIY nur zur Hälfte funktioniert. Und ja Leute, das war auch schon der DIY-Test für heute. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr diesen DIY-Test so fandet. Und ob ihr weitere DIY-Tests sehen wollt. Und ich würde mich dann jetzt mit einem EOS-mäßigen Antjöl verabschieden. Yeah!